Hey Freunde, willkommen zu dem ersten Video auf meinem neuen Kanal und heute sind wir in Minecraft Stadt und wir werden ein bisschen Minecraft spielen. Ich bin gerade eben in meinem Haus und sieht alles wunderschön aus, habt ihr noch nie gesehen, ich weiß. Und ich dachte mir, heute machen wir wieder was ganz Besonderes, wie eigentlich in jeder Folge. Und zwar werden wir versuchen, uns ein bisschen in der Stadt umzuschauen. Cedric ist leider gerade eben nicht da, was leider ein bisschen schade ist und hat ein paar Löcher in seinen Fenstern. Aber das ist nicht schlimm, Leute. Aber als erstes das Ritual und zwar erstmal das Kartoffen, äh Karotten, ne doch Karottenfeld abgeerntet. So muss das immer sein. Heute natürlich ein bisschen schneller Variante, weil das natürlich das erste Video ist. Und deshalb müssen wir, ja, naja, irgendwie ein bisschen schneller abernten. So, alles gut. Und wir haben sogar sehr viel Karotten bekommen. Aber Leute, das ist erst Nebensache. Wir werden nämlich ein bisschen in die Stadt gehen und mal schauen, was es da für Läden gibt oder was es generell einfach mal da gibt. Und eventuell filmen wir sogar was relativ Interessantes. Also ich hoffe es einfach mal. Ja, eventuell ist Cedric auch da, weil er ist nämlich eventuell, äh, also was ist eventuell, ist er einfach nicht zu Hause. Und deshalb habe ich halt keine Ahnung, was ich da mache. Deshalb werden wir es erstmal auf den Weg machen und erstmal unsere Karotten einlagern. Leider haben wir im Moment gerade, äh, ja, äh, sehr wenig an, äh, ja, Benzin. Deshalb müssen wir leider ein bisschen zu Fuß gehen. Aber nicht schlimm. Dann fahren wir später ein bisschen rum. Und, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Hier sind noch ein paar Passanten. Hallo, Thierry, wie geht's, wie steht's? Äh, was sagst du? Fehler wurden begangen. Okay, das finde ich gut. Eventuell sogar eine relativ neigste Sache. Was ist das für ein komischer Typ? Hi, was geht? Willst du eine Kartoffel? Bist du ein Penner vom Bahnhof? Hallo? Leute, stell euch mal vor, ihr lauft in einer Welt rum, ihr wollt gerade in die Stadt gehen oder sowas. Aber man sieht hier jemanden, der so aussieht. What the hell, was ist das? Ey, Junge, willst du eine geile Hacke? Eine Hacke? Okay, äh, ja, gerne. Warum nicht? Willst du nicht mitkommen? Müssen wir hier irgendwie ein bisschen chillen irgendwie? Soll ich mich neben dich gedeihen oder, äh, hast du zufällig auch ein bisschen Benzin? Nee, okay, das ist gut. Kostet nur 10 Gold. 10 Gold? Ich glaube, ich habe sogar 10 Gold und ich habe mich irgendwie auf den Boden gelegt. Ah, okay, alles gut, okay. Äh, ja, dann komm mal mit, äh, komm mal mit zu mir. Ähm, also ich wohne sofort, ja, du bist genau an meiner Bushaltestelle eigentlich so gut wie. Ähm, wie viel Uhr ist es? Ja, es ist Viertel vor Uhr. Sprit verkaufe ich auch. Ah, ah, okay, warum nicht? Äh, komm einfach mal mit. Mein Haus ist sofort hier, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Äh, okay, warte hier. Ich hole das Gold, okay. Ähm, okay. Ich habe, glaube ich, hier noch ein bisschen, ja, 10 Gold habe ich hier. Okay, das heißt, wir nehmen einfach mal ein bisschen Gold mit, zack. Ähm, okay. Jo, äh, lass mal die Picke rüberwachsen, würde ich mal sagen. Wir machen Hälfte erst mal. Erst mal gebe ich die Hälfte, dann gibt es nur die Picke und dann gebe ich dir den Rest, okay? Let's go. Okay, Ehre, würde ich mal sagen. Äh. Äh, ist das ein Bug? Moment. Eine Glücktausend-Spitzhacke? Weißt du nicht, wie? Egal, egal. Leute, das ist gut, weil die ist nämlich ziemlich viel wert und, äh, äh, okay, okay, ähm. Also, wenn wir da mit einem Diamantblocker bauen und dann wäre es noch ein Block oder ein Napisblock oder irgendwas in diese Richtung. Falls die Polizei danach fragt, ist das hier nie passiert. Kein Ding, kein Ding. Ich, äh, weiß heute nicht, warum die Polizei nachfragen sollte. Äh, ja gut, eventuell, wenn man Diamanten abbaut, ist das nicht ein bisschen illegal? Hm. Ich weiß es nicht. Hast du eventuell noch irgendwie so einen Redstone-Block oder einen Diamantblock oder irgendeinen Block oder sowas, wo ich das irgendwie ausprobieren kann? Ob das wirklich es ist? Wie wäre es mit deiner Kostprobe? Ja, genau, genau, danke. Ähm. Äh, ja, ich werde für bereit, äh, okay. Oder Sprit? Ja, also beides wäre natürlich gut, aber Sprit ist erstmal unwichtig. Das kann ich auch später nach der Folge machen. Erstmal würde ich gerne eine Kostprobe haben, beziehungsweise einfach mal ein bisschen, äh, ich weiß nicht, einen Diamantblock? Okay, okay, okay. Alles gut. Ein Diamantor kostet ein Dia. Oh. Ja, ich hatte doch noch ein Dia, oder? Ja, genau, okay. Nehmen wir uns hier einen Dia raus. Okay. Kein Ding. Äh, draußen bleiben bitte. Hunde bleiben draußen. Nee, hier. Hier hast du dein Dia. Und, ähm, okay. Ich warte auf meine Kostprobe. Hat mir echt einen Diamantblock gegeben. Okay, äh, ähm, danke. Es war toll, mit Ihnen Geschäften zu machen. Äh, äh, jetzt können Sie absichten wieder zu Ihrer, ähm, Ihrer Bushaltestelle, würde ich sagen. Okay, Leute, auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie eine Glücktausendspitzsacke. Ich habe noch nie eine Glücktausendspitzsacke in Minecraft überhaupt gesehen. Habt ihr schon mal eine Glücktausendspitzsacke in Minecraft gesehen? Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das klingt relativ komisch, wenn ich das so irgendjemandem erzähle. Aber wollen wir das gleich mal testen? Äh, weil sie mir das Ding endlich, äh, abgekauft haben, kriegen sie auch den Sprit. Oh. Okay. Okay, alles gut. Danke. Irgendwie komme ich damit nicht klar. Egal, legen wir das einfach mal hier rein. Zu meiner Waffe, die ich noch hier drin habe. Äh, das darf natürlich keiner wissen. Ist ja egal. Es ist ein Geheimnis zwischen uns beiden, ne. Und übrigens, Leute, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, falls euch dieser Kunde gefällt oder generell meine Person gefällt und ihr das Video lustig fand oder gut fand oder so. Schreibt doch irgendwelche Sachen in die Kommentare. Lese ich mir ganz gerne durch. Oder schaut in die Videobeschreibung. Wir werden jetzt erstmal, würde ich mal sagen, den Diamantblock testen, beziehungsweise die Spitzsacke testen. Und dazu, ähm, gehen wir einfach mal hier auf die Straße, damit wir wirklich sehen. Also, bei Glück drei, vier oder was weiß ich, wie viel es gibt, ist es ja normalerweise so, wenn man einen Block abbaut, dass man manchmal drei bis vier Diamanten bekommt. Aber wie sieht es denn eigentlich mit einer Glück-Tausend-Spitzsacke aus? Und ich glaube, irgendwie, da werden ein bisschen mehr Diamanten rauskommen. Okay, wir machen drei, zwei, eins, los. Oh, what the hell? Leute, guckt euch das an. Wie viele Diamanten sind das? Oh mein Gott, ich habe schon ein Stack in meinem Inventar. Okay, dann. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Stacks und noch vier lose Diamanten. What the hell? Okay, wir haben so viele Diamanten, Leute. Ich glaube, damit kann man sich auch sehen lassen. Und ich hoffe auch irgendwie, ist der Typ eigentlich weg jetzt mittlerweile? Ja, ist weg. Okay, das heißt, ich werde jetzt einfach mal nach Hause gehen und ganz geschmeidig einfach mal mein Zeug hier einlagern. Okay. Obwohl, warte mal, das ist ja eigentlich so ein bisschen illegale Beute. Ich würde mal sagen, wir legen das lieber woanders hin. Ich weiß aber nicht, wohin. Kann ich das hier irgendwo hinlegen? Ich glaube, hier geht es. Ja. Okay. Okay, perfekt. Das heißt, wir haben die Diamanten jetzt einfach mal ein bisschen gesichert. Und ich meine, why not, Leute? Ist relativ nice. Ist kein schlechtes Gefühl. Diese Glück-Tausend-Spitzsacke, glaube ich, ist... Oh, äh, hi, Officer. Was machen sie hier? Ähm, oh, oh. Okay, ganz, ganz ruhig verhalten einfach, Leute. So, als wäre nie irgendetwas passiert. Ihr habt ja gehört, was der Typ vorhin gesagt hat. Das heißt, er hat irgendwie gesagt, dass wir ein bisschen stillhalten sollen. Ähm, und irgendwie ist das niemals passiert. Okay, das müssen wir auch irgendwie so einhalten. Okay. Hi, Officer. Wie kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie vielleicht eine gebackene Kartoffel? Ich habe gehört, dass Sie im Besitz eines illegalen Items sind. Nein. Nein, bin ich nicht. Sie können gerne ein bisschen, äh... Hallo? Das ist heilig. Egal. Egal, 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 egal. Jedenfalls, äh, nein. Nein, ich würde niemals illegales Zeug besitzen. Ich habe so eine Waffe... Ich habe keine Waffe, das mit der Waffe, das war auch übrigens nicht erfahren, aber das ist irgendwie nicht ganz legal so. Aber das ist egal. Ähm, ich habe keine illegalen Items hier. Sie können gerne sich umschauen hier irgendwie. Ähm, das ist ein bisschen mein Haus und, ähm, ich habe keine illegale... Ich sehe die Pickaxe auf ihrem Rücken. Ich habe gar keine Pickaxe auf meinem Rücken. Äh, oh. Aber ich habe die gerade gezeigt. Äh, ja, das ist meine Spitzhacke, mit der ich farmen gehe so manchmal, wissen Sie? Also, ähm, die habe ich mir gebaut, irgendwann aus Diamanten so. Ähm, äh, das ist meine erste Spitzhacke. Spitzhacke gewesen, äh, die baut ganz normal Steine ab und so. Ähm, das ist, äh, keine... Kein illegales Item oder sowas und, äh, ja. Ähm, das ist nämlich ein ganz normales Item. Mir wurde gesagt, dass jemand eine Glück-1000-Pickaxe verkauft. Äh, also ich bin es definitiv nicht. Wenn ich eine Glück-1000-Spitzhacke hätte... Oh, oh, oh. Hi. Also, wenn ich eine Glück-1000-Spitzhacke hätte, dann würde ich sie niemals verkaufen, okay? Ähm, okay, alles gut, alles gut, ob ich so... Äh, kommen Sie mit, okay? Sie können sich ruhig in meinem Haus umschauen und alles. Ähm, ähm... Ähm, oder, oder, ähm... Oh, ich habe Angst, Leute. Er weiß auf jeden Fall von der Spitzhacke und das ist gar nicht mal so gut. Ähm... Geben Sie mir die Pickaxe. Äh, ja, kein Problem. Kann ich dann kurz ins Haus gehen? Ähm, ich muss kurz was nachschauen, weil ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ist das okay für Sie? Ja? Ja? Okay, dann, dann, dann gehe ich einfach mal, äh, rein. Ist das okay? Okay, äh, er schießt auf mich. Okay, okay, alles gut, alles gut, okay? Okay, ich gebe Ihnen die Spitzhacke, okay? Ähm, es ist nicht meine Spitzhacke, okay? Es ist wirklich nicht meine Spitzhacke. Ich kann alles erklären. Da kam so ein komischer Typ, ähm... Die habe ich gefunden, die habe ich gefunden. Ich habe sie gefunden. Nichts war mit einem Typ, ich war, äh... Ah, darf ich jetzt Quart fahren? Hey, die haben ja gar keinen Benzin, alle... Haben Sie mich gerade angeschossen? Ich zeige Sie an wegen Störung an der, an der Ermittlung. Ich habe gar nichts gestört. Sie sind zu mir gekommen, weil ich eine Spitzhacke bekommen habe oder gefunden habe. Und steigen Sie in den Wagen? Nein! Okay, ich steige auf, okay? Alles gut. Oh, Leute, wo bin ich da nur wieder reingeraten? Ich sitze mit einem Polizisten auf einem Motorrad, auf einem Quad. Wie komme ich aus dieser Situation wieder raus?